Was geht ab, Freunde? Willkommen auf dem Kanal FortniteRapid und heute mit einer neuen Folge Fortnite Funny & Best Moments. Wenn ihr euren Fortnite 2 Clip 1 nennen wollt, könnt ihr es gerne in dem Link in der Videobeschreibung machen, das ist ein Google-Formular. Jetzt habe ich noch ein krasses Gewinnspiel für euch und zwar verlost Lioncast dreimal einen Bundle mit Maus, Tastatur, Headset und Mauspad. Also drei Leute können gewinnen, dann müsst ihr auf jetzt teilnehmen klicken. Je mehr Endroys ihr da ausgefüllt habt, desto eine höhere Chance habt ihr zu gewinnen, Leute. Und das Gewinnspiel endet in 15 Tagen, also macht mit, Leute, ist kostenlos. Und dann würde ich noch sagen, viel Spaß mit dem Video. Oh, nee, ich gebe, warte, ich gebe ihm ein S-Lab. �heidseid. Ein Schatz. reflecting ein S-Lab. Ich bin noch mal ausgewöhnter. Ich bin noch ausgewählt. Moment. ucke Fertig. Jetzt ging zum differentiation. Ich bin noch von ehemaliger. Ich bin schon von ehemaliger. Ich bin nicht nur von ehemaliger. Ich bin noch von ehemaliger. Du hast du echt, das in ein S-Lab. Oh, nein, dein Haus, das ist schon ein S-Lab. Oh mein Gott! Nimm mich! Nimm mich! Nimm mich! Ist er hier drin? Nein! Oh no! Oh shit! Oh no! Holy shit! No way! No way! Oh mein Gott! Er hat mich laut gemacht! Das ist zieg! Junge, das ist zieg, Alter! Dinger, what? No way kriegt er den Edit! Nein! Er kriegt den Edit, Junge! Als ob mich alle geschwärmt hat, Junge! Ach Dinger, komm schon! No way! Als ob Isa mich tötet! Was? Was? No way! Was? Nice Bruder! Nein! Nein! Warum nehme ich den auf? Nein! Nein! Ich hatte keine Matz mehr! Au! Die! Komm zu euch! Digga, hä?! Du letztes Mal bist du sogar in der Luft stehen geblieben! Jawoll! Als ob du den gemacht hast! Jawoll! Ja, weil er grad einen Emote gemacht hat! Er hat grad das Respect Emote gemacht! Und in dem hat er eine Respeccelle gekriegt! Wie geil! Okay, den pushen wir, ne? Und das deine? Oh, hinter uns! Ja! Habe ich natürlich auch! Und noch einer da oben drauf! Ach komm, fickt euch alle! Ihr sind alle oben drauf! Mich auch! Nice! Oh, ich bin fast down! Ist einer down! Ich quickscope alle weg! Warte! Ja! Hebe ich auf! Dann kriegen wir schnell! Hä? Ja! Nehm ihn! Nein! Nehm mich kurz auf! Ich will ihn neben und runter schmeißen! Nehm ihn! Nein! Wer ist der mega schlechtes? Hoch! Hoch! Ich dachte nicht, dass es so viel abzieht! Boah! Bist du denn des Wahnsinns? Was? Ich könnte mich auch in die Zone tragen, wenn ihr wollt! Okay! Brrr! Keine Ahnung, ob es lösen! Äh, stimmt! Man kann jetzt Leute auch noch tragen! Ah, was? Wer war das? Silbi! Ein... Alter! Ein... Nein! Oh Gott! Silbi! Da oben, ich... Der hat sich nicht bewegt! Der hat einfach... Und du rennst in dem Moment! Alter! Nein! Der hat mich bei dir... Ich werde nicht verlassenEN! Schau! Deroted! Der ist uns LRS, Ich habe ihn zum Beispiel für W Self. Achse! Killed Wolfeys! міged Sieben! Schmer! Die Schmerung an den, Sieben vor력ste broke! Diesmal auf den. Die hoje die��? Die проблемы zu schaffend haben! Die zwei loskeh bị Sub passed auf. Diesmal attack! 另外 diemaht! D paste.... Der hat die aus! Der hat piehle własnet! Der dieTO gaat ist! Achse! Man kann das drannen ? LosER den bauten! Oh shit, was ist denn? Hä? Was ist dieser Bug? Hä? WTF? Ich renn weg hier, was ist das? Was für ein Bug denn? Wenn du dahin gehst, bist du einfach tot! Wait, what? Guck mal, die sterben jetzt alle! Noooooooi! Was war das? Nice game, bro! Ihr seid echt schon auf Twitter gepostet, Freunde! Die sterben einfach alle! Hey, komm mal hier rüber! Bist du bei mir? Warte, musst du die Wand eben kaputt machen! Nein! Nein! Timo! Meine Nade! Was für den? Let's go, Junge! Let's go, Junge! Warte mal! Digga, ich raste gleich so aus, ne? Ich werd gleich so meine Ersten! Digga! Mann! Ich fühle mich wie die letzte Mistgeburt! Was? Hot! Probieren wir das jetzt mal aus! Wir fischen genau bei den Fischen! Oh shit, was war das? Was er hören? Mir восk! Yo, holy shit! Szép! Nope! Ahahhhh! Möder, dein Ist das die erste Clip? Ja da ne ist, ne ist, ne ist Elbost! Der ist um die Ecke. Nice. Warte, El-Dance. Ah nein. Warte, nice El-Dance. Als Junge den rumtragen kannst, Junge. Er hat einfach den Body auf dem Rücken. Er hat den bei mir nicht mal auf dem Rücken. Ist das Rias oder was? Ist das der Gegner oder ist das Rias? Nein, das ist der Gegner. Warum kann man ihm Gegner aufheben? Warte, ich will ihn auch aufheben. Ja, jetzt auf Rücken. Junge, man kann ihn ja evil mobben jetzt. Kann ich ihn irgendwo ins Meer werfen oder so? Ja, ja, du kannst ihn werfen. Wie werfe ich den? Ja, ne, schieß es auf mich. 110 Night. Halt! Noooooooooh! Guck, noch einen geholt. Ich glaub's nicht. Holy shit. Hä, Amo-Box? Aus der Amo-Box kam ein Biggie. Hm? Ne, das lügt nicht. Holy shit. I good I win Jetzt treffe ich noch Danny Was Ich treffe niemals Erst Isa und dann Danny There's no way Ich hab die Spaß Digga No way Hey guck mal in Stream Guck mal in Stream Digga Guck ob ich ihn gleich ficken werde Ach Digga ich hab die Waffe nicht mehr rausgenommen Tragen Ich kann einen toten Gegner mitnehmen Digga Du kannst einfach deine genockten Gegner mitnehmen Digga Schau mal ich knock jemanden Klau ihn einfach Ich fau fern Ich fern Ich fern Ich fern Bis zum nächsten Mal.